Die Hoffnung wurde bekommen. Yo Leute, was geht ab? Ich möchte einmal hier in diesem Video eine kleine Ankündigung machen und zu einem kleinen speziellen Video. Und zwar folgendes. Ich habe ja mehrere YouTube Kanäle. Zum ersten, hier haben wir einen Hauptkanal, Chewbacca heiße ich hier. Und ja, mit diesem Kanal wollte ich ja eigentlich mit YouTube aufhören. Da habe ich auch schon ein Video drüber gemacht, seit Dezember 2018. Und da hatte ich ja auch halt schon viel erzählt, weswegen. Ja, und das waren meine letzten Videos hier. Die Prospekte, wo es überall Silvesterfeuerwerks zu kaufen gab. Hier zum Beispiel von Pennymarkt und Netto, Aldi und Real. Und auch von Lidl. Und dann hatte ich ja auch noch ein Video gemacht, was ich so zu Weihnachten bekommen habe. Ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, dass ich mit meinem Hauptkanal weitermache, dann lasst auf jeden Fall hier ein Abo da. Würde mich freuen, damit ich sehe, dass ich hier dann weitermache. Wenn es euch gefällt, man sieht jetzt hier nur Aufrufe, aber kaum Likes oder wenigstens mal Kommentare. Ja, allgemein, was ich dazu sagen will, ist, lass doch eigentlich auch mal bei mir ein Abo da. Gerne Likes und Kommentare. Denn ich bin ja auch ein ganz normaler Mensch und YouTuber, wie ihr alle und andere auch. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr durch meine Videos irgendwie was interessiert. Weil ich mache ja auch verschiedene Videos. Ähm, ja, ich zeige euch jetzt einfach mal hier die erste Seite von meinem Hauptkanal. Zum Beispiel jetzt hier, wo ich was vorstelle, wie RAM-Speicher. Oder wenn ich mal was ganz Neues habe. Von Hardware, wie zum Beispiel meine Gaming-PC-Maus. Oder irgendwelche Sammlungen von Handys, zum Beispiel. Ähm, oder zum Beispiel von Kirmes. Was alles da sein wird und so weiter und so fort. Ja. Äh, wenn ich hier weitermachen soll, dann, ähm, lass auf alle Fälle gerne mal ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten, zu meinem nächsten Kanal, äh, Bumblebee. Das ist ein Nebenkanal von mir. Ähm, hier habe ich mal die letzten Videos gemacht zu meiner Grafikkartensammlung, die ich noch so bei mir rumliegen hatte. Beziehungsweise auch habe. Oder hier zum Beispiel, die habe ich mal gefunden, die Silvesterfeuerwerk-Vulkane-Fontäne. Die hatte ich mal gefunden, aufs, rein zufällig, ähm, ja, könnt ihr gerne mal reinschauen. Da mal gerne, vielleicht Kommentare mal da lassen, wenn ihr wollt. Oder wenigstens mal ein Like da lassen. Denn hier ist ja weder noch Likes, noch Kommentare, noch sonst was. Schon noch alles hier bei Null. Aber nur einige Aufrufe, wie man hier sehen kann. Ja. Eigentlich sehr schade von euch. Ähm, auch wenn ihr mich hier unterstützen wollt, lasst auch mal auf diesem Kanal ein Abo da. Würde mich auch freuen. Äh, ja. Und hier habe ich auch einige Videos schon hochgeladen. Zum Beispiel jetzt im Jahr 2018, ab Dezember, zum Beispiel jetzt Christmas. Adventskalender habe ich hier mal gemacht. Und das waren glaube ich meine ersten Videos. Ja, und halt meinen ganzen Silvesterfeuerwerks-Einkauf, die ich euch so mal gezeigt habe, was ich mir alles gekauft habe. Wird es mal, kann ich eigentlich schon sagen, schon eingekauft hatte. Ja. Also wenn es euch interessiert, würde mich hier auf jeden Fall für diesen Kanal auf ein Abo freuen. Ja, des Weiteren, der nächste Kanal von mir ist mein Kirmes-Kanal. Hier heiße ich Kirmes NRW Wider. Hier will ich auf jeden Fall weitermachen. Ähm, ich glaube so ab März, April geht es wieder erst los mit einigen Kirmes. Zuletzt war ich hier im Jahr 2018 ab November in Minden gewesen. Ihr könnt da gerne mal reinschauen und vielleicht gerne mal Kommentare da lassen oder am Anfang auch Likes. Wäre auch ganz gut. Wenn euch Kirmes interessiert und auch, äh, gerne mögt, wie ich. Also ich gehe halt gerne auf Kirmes, ähm, und lade von jeder Kirmes hoch, wo ich auch da bin und wo ich natürlich auch kann, da zu sein. Ähm, ja. Schaut auf jeden Fall einfach mal hier vorbei und dann könnt ihr da auch mal gerne ein Abo dalassen. Da würde ich mich ebenfalls drüber freuen. Ähm, ansonsten sind die letzten Videos auch noch vom Oktober. Da war ich... Na gut, hier war es jetzt Herford und ansonsten, äh, war es dann auch im letzten Oktober der Prokuma-Markt gewesen. Da war ich auch. Im Jahr 2018 war ich da. Ja. Also, einfach mal Likes und ein Abo dalassen. Und zu meinem letzten Kanal ist Flying Dragon Games. Das ist mein Gaming-Kanal. Habe ich auch mal vor, äh, kurzem, kann man glaube ich auch sagen, beziehungsweise im Jahr 2018 erstellt. Ähm, hier mache ich Let's Plays. So viel wie es geht, ähm, Anfang hatte ich hier, glaube ich, mit Call of Duty, Modern Warfare und hier sind Ego-Shooter wie Command-Conquer Renegade, Strategie wie zum Beispiel D.U. Legacy und, äh, StarCraft habe ich ja auch welche hochgeladen, ähm, und hier zum Beispiel jetzt Siedler 3, das sind aber jetzt keine Missionen, sondern eher so Tutorials. Da habe ich ja euch so ein bisschen gezeigt, wie das Spiel funktioniert, was man da auch alles machen kann für diejenigen, die es nicht kennen und vielleicht auch noch nie gesehen haben. Ähm, ja. Und hier auch nochmal so drei Tutorials zu Siedler 4 und Command-Conquer Alarm für Forgot 3. Ja, das sind auch so Tutorials. Habe ich auch mal welche hochgeladen, aber erstmal nur 2 und, ja. Ähm, wenn ihr Let's Plays mögt und wenn ich hier weitermachen soll, würde ich mich ebenfalls auch hier drüber freuen. Wenn ihr mich hier unterstützen wollt, dann lasst auch hier doch einfach mal gerne ein Abo da und, ähm, auch gerne Likes, weil hier sind auch jetzt so wie nix, nur Aufrufe, wie man hier sehen kann. Ähm, ja. Würde ich mich freuen, wenn ihr einfach mal hier was da lässt. Wäre auf jeden Fall nett von euch. Ja. Dann kann ich auch hier weiter Let's Plays aufnehmen und hochladen, damit ihr euch das anschauen könnt, für diejenigen, die vielleicht die Spiele noch nie gespielt haben und vielleicht auch noch nicht gesehen haben und noch nicht kennen. Ja. Also das letzte Let's Play war im Jahr 2019, wie man hier sehen kann, der neunte. Ah, ne. Quatsch. Das war was anderes. Sorry. Äh. Das war im Jahr 2018. Äh, das war noch am Anfang Dezember. Das war das letzte Video von mir. Ja gut, okay. Also wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, einfach mal bei meinen ganzen Kanälen ein Abo da lassen und Likes und wenn ihr mögt, auch gerne Kommentare dazu. Ich gehe jetzt mit euch nochmal durch. Hier mein Kirmes Kanal. Ähm. Mein Nebenkanal Bumblebee und hier will ich wahrscheinlich dann auch weitermachen. Jetzt für dieses Video lade ich das hier in meinen Hauptkanal rein. Falls ich dann hier doch mal weitermachen soll, dann unterstützt mich. Lasst einfach mal Likes da, damit ihr dann seht, dass ich hier weitermachen soll. Ansonsten äh, wird dieses Video das höchstens, höchstwahrscheinlich das aller, 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 allerletzte Video sein. Und dann mariert das Ganze halt mit diesem Kanal von mir halt hier weiter und dann, ja. Schauen wir mal, was hier draus wird. Ähm. Z hat noch irgendwelche Ideen, was ich hier so hochladen kann. Ähm. Ja. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ich so für Videos machen soll. Ähm. Ja. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, dann schreibt es mir. Dann schauen wir mal, was ich da draus mache. Ja gut. Okay. Dann würde ich auch schon vorschlagen, das war es auch schon hier in diesem Video und bedanke mich hier fürs Zusehen und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.